Evonik hat Zahlen geliefert. Ja, recht durchwachsende Bewegung würde ich sagen. 1,2 Prozent waren jetzt aber auch keine Mörderzahlen. Muss man ganz klar so sagen. Der Umsatz, der ist um 17 Prozent rückläufig auf 15,3 Milliarden, ist damit auch etwas geringer ausgefallen als von den Analysten erwartet. Und das Problem von Evonik ist natürlich ganz klar, wir haben auf der einen Seite geringere Verkäufe, also geringere Volumina, die umgesetzt werden. Und auf der anderen Seite auch nochmal 3 Prozent niedrigere Preise. Das heißt, man hat die Preise schon gekürzt, kann aber trotzdem nicht mal die alten Mengen aufrechterhalten, sondern liefert weniger aus zu geringeren Preisen. Ja, und das führt dann natürlich dazu, dass der Umsatz hier kräftig einbricht und am Ende der Gewinn noch stärker einbricht. Das EBITDA ist um 33 Prozent sogar rückläufig auf 1,66 Milliarden. Auch da hatten Analysten so mit 1,67 gerechnet. Naja, jetzt hat man hier noch außergewöhnlich hohe Wertminderungen drauf und hat eben diese Strukturmaßnahmen, also die Umstrukturierung des Geschäfts bei Evonik, die natürlich auch Geld kostet. Ja, das hat das Jahr mal zusätzlich belastet. Am Ende ist es aber so, dass Evonik selber hier auch für 2024 nicht wirklich den Wendepunkt sieht. Und das ist immer sehr schade und sehr negativ. Und das zeigt aber, dass dieses ganze Geschäft, dieser ganze Geschäftszweig, über den wir ja so oft hier schon gesprochen haben in der letzten Zeit, sich nach wie vor nicht gut entwickelt und da auch erstmal kein Ende in Sicht ist. Das Sparprogramm, das will man jetzt eben noch weiter in die Größenordnung bis zu 400 Millionen schieben. Man möchte also gerne insgesamt um die 400 Millionen sparen pro Jahr. Und davon, weil man nicht so viel Sparpotenzial hat, wird wohl rund 80 Prozent aus Lohnkosten bestehen. Und das heißt, dass wir hier definitiv Entlassungen sehen werden. Rund 33.000 Mitarbeiter hat Evonik. Um die 2.000 davon werden wahrscheinlich gehen müssen. Aber das verursacht, wie wir ja alle inzwischen wissen, auch erstmal Kosten. Abfindungskosten, Umstrukturierungskosten und so weiter. Naja, und von daher würde ich sagen, sieht das Ganze nicht so toll aus. Man versucht jetzt ein bisschen die Kostenseite einzudeckeln, indem man einige Geschäftsbereiche verkauft. Und zwar im Prinzip alles aus der Sparte Performance Materials. Da sind die ersten Verkäufe schon gelaufen. Jetzt aktuell ist das Superabsorbergeschäft verkauft worden. Auch an einen Chemieinvestor, an ICIG. Frankfurter Chemieinvestor hat schon eine Sparte gekauft von Evonik. Kauft jetzt auch diese noch. Dreistelliger Millionen Euro Betrag ist da vereinbart worden. Wird irgendwann Mitte des Jahres über die Bühne gegangen sein. Und auch den größten Teil dieser Sparte Performance Materials, das sogenannte C4-Geschäft. Das will man auch noch verkaufen, aber damit wartet man wohl, bis man ein wenig höhere Preise erlösen kann. Also das steht fest, dass es verkauft werden soll, aber man versucht jetzt hier den Preis noch ein bisschen anzutreiben. Für mich ist das eine relativ klare Geschichte. Ich würde die Aktie momentan nicht kaufen. Wenn man sie hat, glaube ich, kann man sie jetzt halten. Die muss man nicht mehr hergeben. Wir sehen, dass die Aktie sich anscheinend hier wirklich auf dem 17-Euro-Niveau ganz gut stabilisieren kann. Und wenn diese Sparmaßnahmen greifen, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass man vielleicht wieder ein bisschen Bewertungsaufschläge hier generieren kann. Und mal vielleicht hier raufläuft, so ein bisschen Richtung 19 Euro. Also halten, denke ich, kann man sie kaufen, würde ich sie nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.